hallo liebe leute zu einer weiteren let's play folge mit der paladin so wie ihr seht wir sind heute direkt mal wieder in stunts gelandet und wollen mal gucken ob wir die mal schnell durchlaufen können das ist glaube ich die einfache sklavenunterkünfte muss das glaube ich sagen genau sklavenunterkünfte da wollen wir mal gucken die letzten folgen haben wir die ganze etwas anderes gemacht da dachte ich mir wir machen dieses mal eine instanz mal wieder sind die ersten schon das ist sehr schön bringt auch natürlich schöne p war bei den bonus einmal haben so weiter geht es hier soll ich ja mal wieder rein fuchsen schon länger den nicht gespielt kommt her zu papa so was gibt es noch es gibt nichts neues es gibt neun sende plan aber das wisst ihr mittlerweile schon weil die folge ist schon für die ist für den dezember schon die ich auch nicht immer schon ein bisschen im voraus auf da habe ich mir zeit für die familie für sport ihr wisst es arbeit deswegen nehme ich immer wenn ich mal so ein bisschen zeit habe nicht mal ein bisschen schon was in vorn ein auf dann ist das schon alles fertig kommt er hier so kam war dann ist gleich der große auch tot sehr schön die machen echt viel schauen muss ich sagen da kommt er hier habe ich nun auch gleich mit stein gestellt das ist nicht ganz so viel schaden rein kommt ihr könnt es mir ja mal in den kommentaren leute wie er das findet den neuen sendeplan das würde mich mal freuen weil der müsste dann auch schon so an die drei wochen zwei drei wochen laufen da könnt ihr mir was in den kommentaren schreiben ob das so für euch okay ist einmal die woche eine folge es gibt fünf verschiedene projekte ok davon ist zweimal ww fünf verschiedene projekte jeden tag kommt eine folge raus müssen mal gucken wie wir das so beibehalten weil der plan ist erstmal dass so bis januar so zu lassen und dann gucken wir mal weiter so zack ich würde auch gleich noch mal zurück sehr schön können wir gleich da vorne durch ist auch schon ewig her dass ich hier war so kann man hier an der und den vorbei laufen ruhig da muss ich sagen auf dem projekt derzeit gerade viel mit zwergen zu tun einmal hier die zwerge dann äh die zwerge den zwerg dann das let's play projekt die zwerge mycraft bauen eine zwergenfestung alter alter bis in zwergenlastig sind wir naja wenn wir mal gucken was aus die projekten wird bürgerin das projekt wird auf jeden fall beibehalten das weiß ich jetzt schon der paladin ich muss zuerst etwas anvisieren das mike mycraft projekt müssen wir mal gucken ich habe auf jeden fall richtig bock darauf und mal gucken wie weit das geht und wie lange das dauert was mir noch für idee einfallen für die festung bin ich gespannt lasst euch auf jeden fall überraschen es geht schon gleich weiter hier das geht ja nicht relativ außer reichweite zack ich habe kein ziel stehen wir gleich schon vor dem ersten boss das ist sehr schön das ist sehr schön das geht eigentlich relativ schnell die machen schön schaden dann können wir die nicht außersehen pullen wenn der bosskampf gerade ist habe ich auch schon schlechte erfahrungen damit gehabt so ein ziel müsste vielleicht der boss runter kommen da kommen ja das habt ihr euch selbst zuzuschreiben der stellt glaube ich totems war das ich glaube der stellt totems so der tote im star genau ich habe kein der alte schamane der das geht auch nicht kaputt das ding so es kommt leute macht schaden was haben wir eigentlich dabei ein mönchheiler ein krüger hexmaster eine eule die eule die sehen wir ja die aggro eule ich hatte auch damals eine eule die hat echt spaß gemacht muss ich auch mal wieder testen zack so jetzt kommen zack so wirst gleich besiegt noch 9000 11 10 prozent noch ich habe ich verdient weiter geht's hoffentlich poli nicht nein haben sie geschafft der ja die akku aufbauen wir ein bisschen runter skaliert dass man ein bisschen mehr machen muss also könnte man früher konnte man die einfach so kurz bisschen antenken und weiter laufen hat das gereicht mittlerweile geht das gar nicht mehr aber der folgt mir noch so da kommt der nächste boss muss glaube ich so krebs krabbe sein sowas ähnliches außer reichweite so kommt er ja könnte ich ja nicht weiter laufen müsste auch nicht funktionieren da kommt schon die nächste bande aber ja und das projekt mit den jäger das müsste jetzt eigentlich auch wir sind glaube ich noch immer immer noch in das familiar genau das mir sind wir immer noch das müssten aber auch bald fertig haben bin ich der meinung da gibt es gar nicht mal so viel und dann gehen wir das dritte land und ich muss sagen ich weiß gar nicht wie das heißt ich habe ja mit tagal quest ich alles das ganze land erstmal komplett durch bis ich ins nächste kommt was habe ich euch gesagt das let's play wird so lange gehen von level 110 bis 120 120 sind wir zu zwar schon längst aber gesagt wir machen den erfolg fahrt finden auf jeden fall fertig dass du dann kann ich sagen wir haben alle questen in den add-on gemacht und dann ist das let's play von level 110 bis 120 erledigt da oben ist man ob ich den einen finden da muss man auch schlechter hochlaufen so ich brauche ein ziel ich glaube die aufgabe haben ja ich weiß dass das gerade noch nicht genau so der ist dann noch mal zack genau die aufgabe haben und der nächste lag glaube ich auch da hinten irgendwo wo lag denn der nächste oder war es nur der ein das weiß ich jetzt gerade gar nicht das war nur der eine müssen wir mal sehen bin mir gar nicht mehr ganz genau sicher weil das alles so ein bisschen herr ist so aber zack ich brauche ein ziel jetzt machen wir den nächsten boss aber erst mal noch die mob gruppe davor ich muss näher ran ich muss näher ran ich weiß gar nicht was du machst das kann ich jetzt gar nicht sagen und ich muss doch sagen wir waren ja noch gar nicht in dieser instanze sind sonst hätten wir auch gar keine aufgaben annehmen können so das ist schön das bringt schön viele punkte es war 71 werden wir dadurch nicht glaube ich nicht auch so ein bisschen von den level schaffen auf jeden fall und dann bin ich am überlegen leute wir waren jetzt jede menge level im holden fjord auf finde ich einfach mal direkt ins nächste land gehen genau überlegen welches wir könnten einfach mal ins christli christi land christi hügelland das konnte gar nicht mehr ganz genau wie es heißt da war ich auch schon ewig nicht mehr da könnten wir eigentlich mal hin dann lassen wir halt in holen flort jetzt hinter uns in der nächsten in der nächsten folge fangen wir dann ins christli hügelland an das können wir nicht machen weil so ewig lange in ein land verbleiben wollte ich eigentlich gar nicht aber mit denen dass die level halt skalieren und wir ewig lange in ein land bleiben können das war gar nicht so geplant ich glaube wir gehen das nächste ins christi hügelland ich habe kein ziel sehr schön der ist auch gleich tot ich brauche ein ziel da kommen die machen wir alle ich habe kein ziel sehr schön das geht relativ flott sondern können wir noch schnell die machen weil die laufen die kommen jetzt schon wieder runter dann warten wir noch kurz weil wenn wir jetzt die polen die holen die holen die und das ist echt ein bisschen zu viel wir können die zwar alle auf einmal machen ich könnte nur das ist ein kleines bisschen mit dann war noch mal ein süß das ging doch ich habe kein ziel das ist zu weit entfernt macht es nicht zu weit entfernt zack ich glaube auch mein schild des rechers braucht viel mehr kommt mir also auf jeden fall vor das bin ich ja fast instant nur am werfen gut jetzt quasi nicht aber die letzten paar male fast und weiter geht's so und da oben und geht nicht so weit kommt zurück zu papa das ist dann normal so hier kommt auch gleich noch ein kleines event laufe gerade parallel laufen gerade parallel na komm ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite das war gerade ein bisschen viel auf einmal das war gerade bis hier wirklich zu gehen dann machen wir die da oben noch dann befreien wir dennoch ich verdrück mich immer die ganze zeit das war das dritte mal dass ich es werfen konnte also in der gruppe konnte ich das schild das euch das viermal einsetzen das ist recht so jetzt haben wir die noch entdeckt jetzt kommt noch ein paar mobs von unten ab dann können wir den boss machen und dann haben wir es auch schon geschafft dann haben wir auch schon da kommt da nichts mehr und kann auch sein dass da nichts mehr kommt das aus gepätscht ok na komm her ja so dann endboss dann kann man die aufgaben abgehen hat er potieren wir uns kurz hin und zurück weiß ich gar nicht mehr wie lange die folge war ich habe da gar nicht drauf aufgepasst ja falsch auch menschen müssen wir daran gewöhnen das nicht einfach alles clique führe ich das immer so schön drin das war echt auch wieder der falsche knopf ich bin aber ich habe viel zu lange nicht mehr gespielt heilung der bus ist aber auch voll ätzend naja wir haben es noch geschafft gott sei dank da gibt es noch ein quest item dann teleportieren wir uns mal schnell raus und zurück aber ich bin auch nicht die hat sich auch wiederbeleben können wie darf ich helfen die göttin schütze euch danke ohne schaffen doch das level nicht vergessen nicht sehr schön dann gehen wir mal raus aber doch level 71 schon geschafft sehr schön sehr sehr schön das kann ich eigentlich auch ich würde sagen das reicht für heute wir haben die eine instanz schön abgeschlossen vielleicht ein bisschen kurz vielleicht ein bisschen schnell wir haben ein bisschen geschnackt ich würde sagen wir sehen uns in einer weiteren folge bei let's play ww mit dem paladin im grizzly hügelland so hieß es ne grizzly hügel ne in den grizzly hügel ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen und wir sehen uns das nächste mal im grizzly land ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss